Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, wie richtig World Reviewed und ich werde euch natürlich auch zeigen, warum das extrem wichtig ist. Gestern im Stream hatten wir zum Beispiel die FNCS gespielt, hatten aber jetzt nicht unbedingt die besten Runden und dann sind wir eben halt danach nochmal wirklich hingegangen. Und das Wichtige ist dabei, auch wenn ihr danach nochmal hingeht, seid nicht salty, ihr müsst mit Köpfchen da rangehen, ihr braucht einen kleinen Kopf einfach dafür, damit ihr das auch vernünftig machen könnt. Wir hatten zum Glück, da war nicht Rage dabei und konnten das dann eben halt vernünftig machen und haben dann eben halt geguckt, was haben wir falsch gemacht. Das hätten wir in den einzelnen Situationen auch verbessern können und das fällt dann eben halt während den Games nicht auf und das können wir jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen anwenden. Deshalb ist es einfach extrem wichtig, dass ihr das auch macht und ich empfehle es euch wirklich auch dafür einfach Zeit zu nehmen. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen würde, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und ihr könnt natürlich auch auf einem Tischknall vorbeischauen, Link dazu ist dann in der Videobeschreibung. Und um das Ganze zu machen, müsst ihr einmal in den Karriere-Tab gehen und dann den Wiederholungsordner aufsuchen. Wir werden heute die Runde von der FNCS bzw. eine Runde davon anschauen, wo wir ein paar Fehler gemacht haben, die auf jeden Fall zu verbessern sind. Und ich hoffe, wir machen das auch in den nächsten Wochen besser. Leider sind die Aufnahmen von der FNCS selbst gecrashed, weil mein PC aus irgendeinem Grund einfach gecrashed ist und dann kann man eben halt die Aufnahmen nicht mehr verwenden. Deshalb gibt es davon keine Highlights. Und wir werden jetzt mal da hinspringen, wo wir gelandet sind und da sehen wir auf jeden Fall schon mal die ersten paar Aktionen, die wir falsch gemacht haben. Es gibt auch nochmal ein paar wichtige Sachen, worauf man achten sollte und die man auch unterscheiden kann. Es gibt nämlich einmal die Macro-Actions und eine Micro-Actions. Micro-Actions sind zum Beispiel solche Fehler wie Edit-Fehler, Schüsse, die man gefailt hat und all so etwas, also so ganz kleine Sachen, die trotzdem natürlich das ganze Game beeinflussen können. Aber die Macro-Actions sind die, die etwas mit Positioning zu tun haben, die dieser Entscheidung sind, zum Beispiel fighte ich jetzt oder fighte ich nicht, die wirklich über mehrere Minuten teilweise gehen können. Das sind die Macro-Actions und das ist auch das Wichtigste, was man in den What Reviews anschauen kann. Natürlich auch ein paar Micro-Actions, die werden wir auch, also eine Micro-Action, werden wir uns gleich auch noch anschauen, die auch extrem wichtig war. Ja, allerdings sind es eben hauptsächlich die Macro-Actions, auf die man achten sollte. Und als erstes bei den Macro-Actions sollte man auf das Positioning achten. Vielleicht kann man es hier ja schon sehen, ich bin dort, mein Mate ist dort hinten, das heißt wir sind ziemlich weit splittet. Wenn man jetzt mal rein theoretisch davon ausgeht, dass diese beiden Gegner dort hinten mich angreifen, bräuchte mein Mate extrem lange, bis er erst mal bei mir ist. Bis dahin könnte ich vielleicht schon tot sein und dann hätten die Gegner erstmal 2 gegen 1 gegen mich gehabt und danach ein 2 gegen 1 gegen mein Mate gehabt. Das heißt, achtet darauf, seid immer zusammen als Duo und, ähm, auf welcher ist das gekommen? Lul, äh, so natürlich, ähm, das heißt, seid wirklich als Duo zusammen, auch im Solo. Ähm, natürlich braucht ihr dort auch ein gutes Positioning, wenn ihr zum Beispiel immer im Low-Ground irgendwo langläuft, ist natürlich auch für Duo wichtig. Beim Duo ist es eben halt hauptsächlich so, das Positioning im Duo selbst oder im Squad natürlich. Aber wenn ihr auch im Solo seid, dann ist es eben halt vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel dauerhaft im Tal irgendwo langläuft, wo irgendjemand von oben euch sprayen kann. Oder auch rein theoretisch, wenn ihr hier unten langläuft und einer von dort oben vom Haus euch sprayt, dann habt ihr auch ein schlechteres Positioning. Und, äh, auf so etwas kann man natürlich achten, dass man solche Routen vermeidet. Hier zum Beispiel bei uns einmal der Fehler, dass wir viel zu weit dauerhaft auseinander sind und die Gegner es viel zu leicht gehabt hätten. Dann, ähm, auch eine Sache, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt so extrem gefällt haben, aber wir sehen es ja, oder der Bus kam auf jeden Fall von hier unten, von diesen Bergen, ist nach The Shark nach oben gegangen. Die erste Zone befindet sich dann hier oben, das heißt, diese vier Hot Shops, die hier unten sind, The Grotto, Retire Row, Lazy Lake und Missy Meadows, sowie natürlich alle Bergspots hier unten, Camp, äh, Cod und alles, die werden natürlich alle danach hier oben rotaten müssen. Und die werden natürlich nicht Richtung The Agency zum größten Teil moven, sondern einfach Frenzy Farmen direkt in die Zone rein. Das heißt, würden wir da bis zum Ende einfach stayen, dann hätten wir extrem viele Gegner. Ist natürlich manchmal auch ganz gut, aber die Chance, dass man dabei getthird-partied wird, und wenn man vor allen Dingen nicht full life ist und alles, dann sollte man solchen Situationen aus dem Weg gehen. Deshalb, ähm, auf, auf dieses gerade, das, äh, Zone-Positioning aufpassen. Oder zum Beispiel, wenn ihr am Ende der vierten Zone seid, natürlich immer am Rand der Zone sein, damit ihr immer eine Chance habt, nicht rotaten zu müssen in die Half-In-Half-Out-Zone. Wenn ihr nämlich in der Mitte dort stehen würdet, dann hättet ihr eben halt immer das Problem, dass ihr in jeder einzelnen Runde zur Zone moven müsstest, da die eben halt nie in der Mitte ist. Ansonsten natürlich in allen anderen Zones, bevor der vierten Zone, immer, ähm, möglichst in der Mitte stehen, und natürlich auch immer auf der nicht-contesteten Seite. Wenn zum Beispiel in unserem Fall, wenn hier unten dann eben mal die ganzen Gegner auf dieser Seite, äh, sind, dann werden oben deutlich weniger Gegner sein und man kann dann eher von dort oben besser die Leute, äh, Third-Party, die hier unten dann sind. Das heißt, dort auch deutlich besseres Positioning, wenn man zum Beispiel dort oben auf dem Berg wäre und dann alle absprayen könnte, die von hier unten moven, dann hätte man auf jeden Fall extrem gute Chancen auf Kills gehabt. Und, äh, das sind eben halt so die Themen Positioning und Rotation, die extrem wichtig sind. Dann als nächstes Thema, dazu werden wir jetzt mal ein bisschen weiter springen, ähm, und zwar ist das das Positioning innerhalb, oder das Aufpassen von anderen, äh, von dem Positioning von anderen Leuten. Und, äh, hier sehen wir zum Beispiel, ich wurde genockt, weil die beiden dort oben mich gesprayt haben. Ich war leider hier extrem open field, hab nicht darauf geachtet, wo die anderen Leute sind. Wir haben uns auf die fixiert, hier haben vorher zwei Duos miteinander gefightet. Wir wollten eben mal Third-Party, haben aber nicht darauf geachtet, wo sind andere Leute positiont. Wenn man natürlich das so ein bisschen häufiger mal anschaut, dann weiß man natürlich, das ist zum Beispiel ein sehr beliebter Berg, wo Leute, wo immer ein Duo eigentlich draufsteht, es einfach das beste Positioning hat. Darauf sollte man natürlich aufpassen und sich einfach einmal umschauen. Hätte ich einmal nach da oben geguckt, hätte ich natürlich dieses Turtle gesehen, da wären safe Leute drin gewesen. Und dann hätte ich eben halt aufgepasst, hätte vielleicht von der Seite gebaut und hätte viel entspannter dann die angreifen können. Die werden sich nämlich danach auch splitten, was natürlich ziemlich problematisch für die ist. Wären wir beide jetzt allerdings am Leben gewesen, dann wären wir eben halt als Duo, ähm, darauf gegangen und hätten ein lockeres 2v1 gehabt. Und, äh, das ist eben halt der Fehler, dass wir dort nicht aufgepasst haben, wie sich der Gegner positiont hat. Das sind eigentlich so die größten drei Punkte, worauf man achten sollte. Also zum einen, wo ist die Zone, wo, äh, sind die meisten Spieler in der Zone. Ähm, dann zweiter Punkt, wo, äh, wie ist man als Duo positiont, ähm, und generell, äh, läuft man immer im Highground lang, läuft man im Lowground lang, ähm, wo läuft man dort überall, äh, wo hat man das beste Positioning, um auch andere zu sprayen. Das ist der zweite große Punkt. Und dann noch der dritte Punkt, aufpassen, wo andere Leute positiont sind, wo gerne auch andere Leute im generellen Einfachposition sind. Wenn man nämlich mehrmals dann sich so die Map anschaut, dann weiß man immer so Punkte, die ganz beliebt sind, wo ganz, ganz viele drauf sind, die, auf die man eben halt aufpassen sollte. Das sind die wichtigsten Sachen, die man eben halt für, ähm, diese Word Reviews auf, auf die, auf die man in diesen Word Reviews aufpassen sollte. Ich hoffe, es hat dir das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich noch verbessern kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.